Hier kann man die Laichschnur von einer Jodaschnecke oder Spitzschlammschnecke sehen. Das haben wir Aquarianer bestimmt häufiger schon mal gesehen, aber habt ihr euch das auch schon mal im Zeitraffer angeschaut? Ich wollte unbedingt mal wissen, wie das aussieht, weil man, wenn man sich das so mit normalem bloßen Auge anguckt, natürlich nicht sieht, wie es sich da drin die ganze Zeit bewegt. Also auch schon die kleinen Jodaschnecken-Babys, die da drin sind, bewegen sich die ganze Zeit und sind aktiv. Und hier sieht man sogar auch, dass schon die ersten am Rand oben anfangen zu schlüpfen. Also da geht diese gelartige Laichschnur, müssen die halt aufbrechen, um dann da wirklich rauszukriechen. Zwischendurch kommen dann immer noch mal ein paar Blasenschnecken vorbei und sagen Hallo. Aber ich finde, das sieht im Zeitraffer schon echt spannend aus.